ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu staxel wo wir immer noch dabei sind aufzubauen abzubauen verkaufen verkaufen verkauf verkaufen die könnten noch behalten müssen wir auch behalten auf jeden fall verkaufen wir die können da rein die müssen rein und das können wir eigentlich so ohne wenn und aber verkaufen post okay gut wir haben davon einschauen verkaufen die frage orange steile habe ich hier okay die verkauf die brauche ich die bauten nach können wir eigentlich auch verkaufen dddd alles andere bleibt schon so einiges hier so dann können wir die hier alle verkaufen 30 210 das regal verkaufen alles das wird auch verkaufen gut nein das sollte nie verkaufen so alles verkauft warte nein die habe ich da schon auch hoch däm 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 gut ist durch da so alles klar irgendwo jetzt noch mal okay ich muss meine sachen erstmal gießen und wieder zu hause und jetzt wieder hin zu anderen Farmen und da weiter bauen ja stimmt das ist jetzt das einzige was ich jetzt noch abbauen muss es ist so wie es ist ich weiß manche würden jetzt sagen oder so das was wir gemacht haben ist schummeln ja man sollte doch wirklich nur damit anfangen was man auch wirklich braucht wer hätte es nicht getan das heißt wir müssen wir so viel für die bauen das kostet so viel geld dann können wir das wenigstens bei unserem hausbau einsparen so viel geld kriegt man hier nun leider auch nicht für die sache besonders je mehr du davon holst desto weniger geld kriegst du ach ja das üble ist, das muss ich gleich ohne Bramier machen so, Ebola, fertig sehr schön so, das ist jetzt der letzte Rest dann müssen wir nochmal nachgucken, ob wir hier noch ein paar Gehwegplatten haben da die brauchen wir nämlich auch unsere sind ja kaputt besser haben als brauchen ja so, dann nochmal kurz schnell die Schäune abbauen und dann sind wir hier nämlich auch gleich durch dann sind wir damit auch gleich durch dann haben wir alles abgebaut, was wir abbauen hätten können so so fertig so auf zum nächsten Kampf wohl eigentlich ich können sie die doch auch gebrauchen zack eins ich bin ein Hupfen das etwas schön ja bisschen bauen können wir auf jeden Fall aber auch nur ein bisschen ach so ich brauche Holz okay ach ja das hier finde ich hässlich es ist so schön es ist so schön wieder zu stark sind das stimmt ich hab's mir vermisst ja aber man muss ja erst einmal eins nach dem anderen machen ja nicht okay nicht zu sich sagen gleichzeitig machen ne das stimmt so denke ich ja nicht äh so im Moment ist alles wieder wegzutieren hier da haben wir die Steine das waren nicht so viele wie ich gedacht hätte aber okay also die können wir aber verkaufen die können wir erstmal reinpacken ja diese Sumpfsteine kannst du verkaufen ja okay dann machen wir jetzt mal Klasse 4 ja das tut sie doch schon nach einem festen gesunden Plan an ja erstmal den Weg ebnen super super de 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 so live hast du denn irgendetwas Feines noch was du mir verkaufen könntest irgendetwas Schickes so also vielleicht eine Waschmaschine eine Waschmaschine würde ich ehrlich gesagt nicht haben so die sind aber auch hübsch das könnte man eigentlich gut einsetzen zutaten zutaten lampen sagt hersteller okay aber ich glaube den kriegen wir nachher auch noch weißer lattenzaun deckel so ich brauche die Pflastersteine die Pflastersteine Kombination okay dann müssen die Pflastersteine hier mit rein nein schöne Leitkegel so okay Schneidestation Küchentresen Sackguthersteller schön dass du auch Sachen doppelt hier drin hast ich glaube der hat sie sogar manchmal sogar dreimal drin super und Kürbis also nix interessantes so vernünftiger Weg Ein Kuhstall bauen, aber dafür müsste ich ja erstmal gucken, dass ich dann ein Kuhstall kriege, oder? Habe ich noch irgendwas anderes? Ach, ich habe noch davon 5 Stöcke. Montagestation, Fliesen, Tischsäge, Sprinkler, 5200, Heri ist es. Großer Sprinkler kostet 18.000! Alter! Inflation ist auch bei euch angekommen, wa? Uh, hier gibt's Hecken. Den Zaun finde ich schön. So... Gibt's Baummaterialien? Aber wo kriege ich denn... Ist das ein Hobbit-Fenster? Ist das ein Hobbit-Fenster? Das ist ein Hobbit-Fenster. Rundes Fantasiehaus-Fenster. Wo kriege ich denn Kuh-Schild her? Schweine-Schild, Kuh-Schild. Du brauchst eine Scheune bevor du das schon... Hühner-Schild, Schaf-Schild, Schäunen-Schild. Ah! Drei... überhaupt. Wie können wir das da am besten bauen? Warum? Warum? Gucken wir einfach mal. Gucken, was uns erwartet. So, was ist denn? Morgen ist der erste Schultag. Oh, okay. Also so eine Schuh-Ready ist das eher. Okay. Und jetzt ist sie nervös. Kann sie nicht schlafen? Nö, scheint nicht wirklich. Wird sie schon überleben. Ja, wenn du die Schule kennst, sind anderthalb Stunden, mehr ist das gar nicht. Wir müssen noch umherrennen und das ist gut. Achso, muss ich ja dringen. Hoppala. Ja, wir machen unser Zuhause schön. Oh, mein Magen. So. Halt das so? Ich würde sagen, das reicht so, oder? Was hast du für ein Problem? Ah, der Bruch ist die ganze um die Ecke hier. Okay. Blöden Zaun hier. Nein, hör auf, um alles um die Ecke zu bauen. Ich will nichts um die Ecke bauen. Okay. So. Oh, da muss ich noch. So. Mal davon mit dem Hammer. Alles klar, ich will mich schon mal reinmachen. Jetzt auch nochmal den Hammer. Oh. So. Nein, du solltest das wegbauen, Mann. Junge. So. Ich bin im Bett. Auf dem Blick, ich muss nur mal so die Ecke setzen. Oh. Und die hat aber gut gesetzt, okay. Dann haben wir das für mich auch fertig. Super. Die meisten Werte funktionieren besser, wenn du die Taste gedruckt hältst. Ich benutze das Mausrad oder die Schultertaste. Was ist das denn? Was sind Schultertaste? Ich hab den Tipp gekochtes Essen ist immer mehr wert als die Zutaten dazu. Ja, du kannst es ja weiter schalten. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Wie viele Fenster brauche ich noch? 1, 2, 3. 3 Stück. 3 Stück. 3 Stück. Und 1, 2, 3. Aber eigentlich wollte ich das gar nicht so groß machen. 4. 2 Trüge. 4. Dach. Beliebiges. Braun oder rot. Ok. Oh. 2 Trüge. Ach ja, stimmt. Wo wir gerade über Trüge sind. Ich hab die Trüge vergessen mit einzukaufen. 1 Gruß founder live. Ach nein, echt jetzt? Maxi max imax. Max ist da! Maxi. Moin. Amfänger zu gewinnen... Sehr gut. Misshaft mit mir? M2? I fänd es toll mehr von der Welt zu sehen. Ich habe nur leider nicht wirklich Zeit dafür. Ja, das ist... Ich habe einen Sternenteil. Ich habe einen Hühnerstöll. So. Ich habe mir so das drückt, ne? Habe ich gesagt? So. Ist das jetzt ein anderer eigentlich? Wer ist ein anderer? Warum ist das jetzt ein anderer? Ich glaube, das ist ein Schweine-Dings. Zeitkugel, fertig. Okay. Super. Ja, natürlich keine Fenster zu verkaufen. Kein Fenster? Oder sie. Ich hatte gehofft, dass sie hier ein Fenster zu verkaufen haben. Irgendwo. Ganz normale Bauernfenster. Der live hat die. Live hat die? Ja, ich habe die bei live geholt. Okay. Zwei drüben und ein Dach. Ja, da bin ich aber noch umgelegen, wie ich das dann am besten mache. Eins, zwei, drei. Super. Vergiebiges Dach, oder wie soll das sein? Okay. Okay. Okay, Leute, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau. Tschüss. Ummm. Zeige. Vielen Dank.